Herzlich willkommen bei dem Familienrecht-Podcast von YourFriend. Heute sprechen wir über das Thema Härtefallscheidung. Sie erfahren unter welchen Voraussetzungen Sie sich in Ausnahmefällen bereits vor Ablauf des Trennungsjahres scheiden lassen können und insoweit Ihre Scheidung als Härtefallscheidung betreiben. Da Ihre Scheidung sicherlich eine Reihe weiterer Fragen aufwirft, finden Sie auf unseren Portalen scheidung.de, trennung.de und unterhalb.com weitere hilfreiche Ratgeber, die viele Detailfragen zum Thema Scheidung ansprechen. Nehmen wir das Wichtigste vorweg. Im Regelfall müssen Sie das Trennungsjahr vollziehen. Erst danach können Sie Ihren Scheidungsantrag beim Familiengericht einreichen. In Ausnahmefällen kommt die vorzeitige Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres in Betracht. Die Rede ist dann von der Härtefallscheidung. Eine Härtefallscheidung erfordert handfeste Gründe in der Person Ihres Ehepartners, die es Ihnen unzumutbar erscheinen lassen, Ihre Ehe auch nur noch formal bis zum Abschlaf des Trennungsjahres aufrechtzuerhalten. Rein subjektive Befindlichkeiten oder Gründe in Ihrer eigenen Person rechtfertigen keine vorzeitige Scheidung. Die Rechtsprechung hat in einer Reihe von Entscheidungen Fälle herausgearbeitet, in denen Härtefallscheidungen anerkannt, aber auch abgelehnt wurden. In Kenntnis dieser Fälle können Sie Ihre eigene Situation besser einschätzen. Sprechen wir über Details. Scheidungen sind eigentlich immer mit persönlichen Härten verbunden. Wahrscheinlich empfinden Sie es selber auch als einen Härtefall. Dennoch genügt diese Einschätzung nicht, um eine Härtefallscheidung zu begründen. Nur in Ausnahmefällen können Sie vorzeitig geschieden werden und brauchen nicht abzuwarten, bis das vom Gesetz geforderte Trennungsjahr abgelaufen ist. Wir erklären Ihnen, was eine Härtefallscheidung bedeutet und wann Sie vorzeitig geschieden werden können. Also, Ihre Ehe wird geschieden, wenn Sie wenigstens ein Jahr getrennt voneinander gelebt und das Trennungsjahr vollzogen haben. Ist Ihr Ehepartner mit der Scheidung einverstanden, unterstellt das Gesetz, dass Ihre Ehe gescheitert ist. Auf die Ursachen und Gründe kommt es nicht an. Auch ähnliche Verfehlungen spielen dann keine Rolle. Von dieser Regel, dass Sie das Trennungsjahr vollzogen haben müssen, gibt es aber eine Ausnahme. Wir sprechen von einer Härtefallscheidung. In solchen Ausnahmefällen können Sie vorzeitig vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie die Scheidung einvernehmlich im Einvernehmen mit Ihrem Ehepartner betreiben oder ob Ihr Ehepartner die Scheidung bestreitet oder Ihre Scheidung streitig verläuft. Die Härtefallscheidung stellt nur darauf ab, dass Sie vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden werden wollen. Sie begehren dann eine Ausnahme von der Regel. Vielfach ist die Rede von Blitzscheidungen. Blitzscheidungen gibt es nicht. Jede Scheidung ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Auch die Härtefallscheidung funktioniert nicht wie der Blitz. Das Gesetz stellt für jede Scheidung, auch für die Härtefallscheidung, klare Voraussetzungen auf. Also, was ist eine Härtefallscheidung? Lassen Sie es scheiden, und zwar so scheiden, dass Sie im Regelfall das Trennungsjahr vollziehen, können Sie Ihre Scheidung mit einer ordentlichen Kündigung vergleichen. Das Trennungsjahr ist dann die Kündigungsfrist. Eine Härtefallscheidung hingegen kommt einer fristlosen Kündigung Ihrer Ehe gleich. Eine fristlose Kündigung und damit auch die Härtefallscheidung ist deshalb gerechtfertigt, als es Ihnen nicht zuzumuten ist, die ordentliche Kündigungsfrist des Trennungsjahres abzuwarten. Ist es Ihnen also nicht zuzumuten, das Trennungsjahr zu vollziehen, können Sie in Ausnahmefällen dennoch vorzeitig geschieden werden. Sie beantragen dann beim Gericht eine Härtefallscheidung. Was sind die Voraussetzungen einer Härtefallscheidung? So gut wie jede Scheidung ist mit persönlichen Härten verbunden. Denn Ihre Ehe ist gescheitert. Trotzdem mutet es Ihnen das Gesetz zu, im Regelfall das Trennungsjahr zu vollziehen. In dieser Zeit, in diesem Trennungsjahr, sollen Sie sich bewusst werden, ob Sie die Scheidung wirklich wollen oder ob Sie die Chance sehen, Ihre eheliche Lebensgemeinschaft fortzusetzen. Es gibt es aber Lebenssituationen, in denen von vornherein klar ist, dass Ihre Ehe keine Chance mehr hat. Um von der Regel Ausnahmen zuzulassen und eine Härtefallscheidung zu begründen, müssen Sie folgende Aspekte prüfen. 1. Ist Ihre Ehe wirklich gescheitert? Ob Ihre Ehe gescheitert ist, ist an sich Ihre subjektive Einschätzung. Gerade dann, wenn Sie eine vorzeitige Scheidung im Wege einer Härtefallscheidung ins Auge fassen, ist natürlich davon auszugehen, dass Ihre Ehe sehr wahrscheinlich gescheitert ist. Da es sich bei einer vorzeitigen Scheidung aber um eine Ausnahmesituation gegenüber der bloß gescheiterten Ehe handeln muss, kommt eine vorzeitige Scheidung bei bloßen Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten oder ehetypischen Zerwürfnissen nicht in Betracht. 2. Leben Sie räumlich getrennt voneinander? Mit Ihrer räumlichen Trennung offenbaren Sie, dass Ihre Ehe gescheitert ist. Solange Sie noch in einer Wohnung zusammenleben, spricht jedenfalls gegen eine Härtefallscheidung. Sie sollten die Trennung also unbedingt räumlich vollziehen. Wenn Sie die räumliche Trennung von Ihrem Ehepartner vollziehen, entschärft sich Ihre Situation möglicherweise. Die Gründe, die für eine vorzeitige Härtefallscheidung sprechen, erscheinen Ihnen möglicherweise als nicht mehr so schwerwiegend. Vielleicht empfinden Sie Ihre Situation als Sitz so entlastend, dass Ihnen leicht fällt, das Trennungsjahr doch abzuwarten, um ganz normal nach Ablauf des Trennungsjahres die Scheidung zu beantragen. In einem dritten Aspekt müssen Sie sich die Frage beantworten, ob in der Person Ihres Ehepartners ein wichtiger Grund für eine vorzeitige Scheidung besteht. Das Gesetz stellt ausdrücklich darauf ab, dass in der Person Ihres Ehepartners ein wichtiger Grund für eine vorzeitige Scheidung bestehen muss. Gründe, die in Ihrer eigenen Person bestehen und für eine vorzeitige Scheidung sprechen, bleiben dabei außer Betracht. Beispiel, Sie sind aufgrund einer außerehelichen Beziehung schwanger. Sie möchten vorzeitig geschieden werden, damit Sie Ihren neuen Partner heiraten können und das Kind ehelich geboren wird. Oder Sie sind aufgrund Ihrer ehelichen Sprachlosigkeit so depressiv, dass Sie den Partner nicht mehr länger ertragen. All diese Gründe sind Ihrer eigenen Person begründet und rechtfertigen daher keine Härtefallscheidung. Sie müssen also in Ihrem Scheidungsantrag konkret darlegen, welche Umstände in der Person Ihres Ehepartners es Ihnen unzumutbar machen, Ihre Ehe bis zum Ablauf der Trennungszeit fortzusetzen. Dazu genügt es nicht, dass Sie behaupten, Herr Ehepartner drohe Ihnen ständig mit Gewalt oder vertrinke den Lebensunterhalt. Rein subjektive Befindlichkeiten interessieren hier nicht. Es muss Ihnen nicht mehr zuzumuten sein, die Situation, so wie sie derzeit ist, weiterhin zu ertragen. Sie müssen sich die Frage stellen, ob ein vernünftiger Dritter bei Abwägung aller Umstände gleichfalls die Scheidung, die vorzeitige Scheidung beantragen würde. Dauert die Situation bereits längere Zeit an, ohne dass Sie die Scheidung betrieben hätten, kann auch nicht vorgehalten werden, Sie hätten die Scheidung schon früher vollziehen müssen. Ihr Recht auf Scheidung können Sie nicht verwirken, also verloren gehen. Haben Sie die Drucksache Ihres Partners über Jahre hinweg ertragen, lässt sich dennoch eine unzumutbare Härte für eine vorzeitige Härtefallscheidung rechtfertigen, auch wenn sich die Situation über Jahre weggezogen hat. Welche Fälle rechtfertigen jetzt eine Härtefallscheidung? Das Gesetz kann und macht auch nur pauschale Vorgaben für eine vorzeitige Härtefallscheidung. Letztlich ist es der Rechtsprechung überlassen, in welchen Lebenssituationen tatsächlich eine Härtefallscheidung anerkannt wird und die Ehe ausnahmsweise vorzeitig geschieden werden kann. Anhand verschiedener Beispiele können Sie Vergleiche zu Ihrer eigenen Lebenssituation ziehen und einschätzen, ob Sie eine vergleichbare Situation begründen können. Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, Ihr Rechtsanwalt muss Ihren Scheidungsantrag formulieren. Möchten Sie vorzeitig geschieden werden, müssen Sie Ihrem Anwalt oder Ihrer Anwältin alles sagen, was für eine vorzeitige Scheidung spricht. Beschönigen Sie nichts, verschweigen Sie vor allem nichts und übertreiben Sie nicht. Versuchen Sie so sachlich als möglich zu bleiben. Überlassen Sie es Ihrem Anwalt einzuschätzen, ob sich aufgrund Ihres Sachvortrags eine Härtefallscheidung begründen lässt. Es nutzt nichts, ein Sachverhalt vorzutragen, den den Richter nicht überzeugt. Ist der Richter nicht überzeugt, weist er Ihren Scheidungsantrag möglicherweise gebührenpflichtig zurück. Dann sind Sie möglicherweise erst recht frustriert und deprimiert. Die Rechtsprechung hat in folgenden Fällen eine Härtefallerscheidung anerkannt. Der Ehepartner hatte eine neue Beziehung aufgenommen, während andere lebensbedrohlich erkrankt waren. Dieser Treuebruch allein hätte noch keinen Härtefall begründet. Angesichts der gesundheitlichen Notion der Ehefrau aber sei der Treuebruch besonders verletzend gewesen. Da die Frau besonders verletzlich und hilflos war, habe sie zudem keine Perspektive für weiteres Leben mehr gehabt und konnte insoweit ausnahmsweise vorzeitig geschieden werden. Im anderen Fall wurde der Ehepartner in Anwesenheit der fünf gemeinsamen Kinder angespuckt und misshandelt. Eine Härtefallentscheidung wurde anerkannt. In einem Fall, in dem der Ehepartner Alkoholiker war, den Lebensunterhalt der Familie verdrunken hatte, zwei Entziehungskuchen abgebrochen hatte und gegen die Ehefrau und die Kinder gewalttätig gewesen war. In einem anderen Fall fühlte sich die Ehepartnerin durch den Geschlechtsverkehr des Ehepartners mit der 19-jährigen vorerlegten Tochter der Frau sexuell erniedrigt. Andere Fälle stellten darauf ab, dass die Ehepartner der Prostitution nachging oder in einer sexuellen Beziehung zum Bruder oder Schwester des Ehepartners stand. Eine Härtefallentscheidung kommt auch in Bedacht, wenn ein Ehepartner den anderen nachhaltig und ernst nehmen mit dem Tod bedroht. In vielen Fällen wurde eine Härtefallentscheidung aber auch abgelehnt und insoweit keine Ausnahme von der Regel anerkannt. Dies kann der Fall sein, wenn der Ehepartner im Scheidungsantrag vorträgt, der andere verdiene Abscheu und die Fortsetzung der Ehe mit ihm wäre eine Strafe. Das genügt nicht für eine Härtefallentscheidung. Ebenso wenig genügt es, wenn der Ehepartner den anderen im Affekt einmalig körperlich misshandelt hat, auch wenn der andere ihn provoziert habe. Auch der Vortrag wurde nicht anerkannt, wonach die Ehe von Beginn an als gescheitert bewertet wurde, da keine eheliche Lebensgemeinschaft begründet wurde und die Ehepartnerin sich geweigert habe, ihren 68-jährigen Ehegatten sowie dessen 90-jährige Mutter zu versorgen. Auch die Begründung einer Scheinehe begründet oder rechtfertigt keine Härtefallscheidung, wenn die Ehepartner keine eheliche Verantwortungsgemeinschaft begründen wollten und Zweck allein darin bestand, dem ausländischen Ehegatten eine Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. All diese Beispiele sind Beispiele unter vielen. Die Entscheidungen aus der Rechtsprechung sind keine allgemeingültigen Maßstäbe. Jeder Fall ist als Einzelfall zu bewerten. Was ein Gericht im Einzelfall als Härtefall eingeordnet hat, kann von einem anderen Gericht ganz anders beurteilt werden. Entscheidend kommt es also immer auf Ihren Sachvortrag in Ihrem Scheidungsantrag an. Sie sind in der Beweispflicht. Zweifel gehen zu Ihren Lasten. Vor allem dann, wenn Ihr Ehepartner Ihren Sachvortrag bestreitet, müssen Sie von vornherein so sachlich, überzeugend und nachweisbar vortragen, dass Sie die Gegenwart Ihres Ehepartners auf ein Minimum reduzieren. Wenn Sie diese Beispiele nachvollziehen, wird klar, dass eine Härtefallscheidung nicht ganz so einfach zu begründen ist. Sie können jetzt natürlich auf die Idee kommen und in Absprache mit Ihrem Ehepartner bei Gericht vortragen, dass das Trennungsjahr bereits abgelaufen sei, obwohl dies gar nicht der Fall ist. Sie behaupten dann also, dass Sie ein Jahr getrennt voneinander gelebt haben, obwohl Sie vielleicht gerade erst aus der ehelichen Wohnung ausgezogen sind. Aber vor derartigen Absprache sollten Sie sich möglichst tüten. Sie verstoßen damit klar gegen das Gesetz. Das Gesetz fordert aus guten Gründen den Vollzug des Trennungsjahres. Ihr Risiko besteht nämlich darin, dass Sie in Ihrem Scheidungsantrag vortragen müssen, dass Sie ein Jahr getrennt gelebt haben. Behauptet Ihr Ehepartner dann, entgegen der ursprünglichen Absprache, im mündlichen Scheidungstermin auf Frage des Richters, dass Sie noch nicht ein Jahr getrennt voneinander gelebt haben, müsste der Richter Ihren Scheidungsantrag zurückweisen. Dabei steht auch der Verdacht des Prozessbedrugs im Raum. Also erwarten Sie von einer vorzeitigen Scheidung, sprich einer Härtefallscheidung nicht zu viel. Das Trennungsjahr können Sie auch dadurch entschärfen, dass Ihr Rechtsanwalt Ihren Scheidungsantrag etwa sechs Wochen vor Ablauf des Trennungsjahres bei Gericht einreicht. Wird das Scheidungsverfahren dann in die Wege geleitet, ist das Trennungsjahr meist abgelaufen. Insoweit sind Sie nicht unbedingt darauf angewiesen, den Aufwand einer Härtefallscheidung betreiben zu müssen. Berücksichtigen Sie, dass auch die Beantragung einer Härtefallscheidung einen höheren Bearbeitungsaufwand beim Gericht erfordert und Sie auch im Hinblick auf Ihre besondere Situation nicht über Nacht geschieden werden können. Vor allem dann, wenn Ihr Ehepartner Ihren Sachvortrag bestreitet, müssen Sie damit rechnen, dass sich das Scheidungsverfahren auch insoweit in die Länge zieht und das Trennungsjahr abgelaufen ist, wenn Ihr Scheidungsverfahren vor Gericht verhandelt wird. Ziehen wir ein Fazit. Die Ehe ist ein hohes Gut. Wäre Sie dieses nicht, hätten Sie vielleicht nicht geheiratet. Jede Ehe beinhaltet Lebensrisiken. Verläuft Ihre Ehe problematisch, müssen Sie die Ehe nach Vorgabe des Gesetzes auf den Prüfstand stellen und im Regelfall das Trennungsjahr vollziehen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt eine vorzeitige Scheidung, sprich eine Härtefallscheidung, in Betracht. Ob sich daraus wirklich handfeste Vorteile ergeben, erscheint im Hinblick auf die strengen Voraussetzungen an der Härtefallscheidung eher fraglich. Damit sind wir am Ende dieses Beitrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Systematik an der Härtefallscheidung etwas näher bringen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiederhören. Ihre YouFriend-Redaktion